Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Ultimate Chicken Horse und wer jetzt sagt Moment, die drei haben doch gerade erst mit GTA angefangen, das können sie doch nicht durch haben. Doch haben wir, weil GTA ist einfach ein Scheißspiel im Online-Modus und wir haben verzweifelt aufgegeben und gesagt, dann spielen wir jetzt besser mal was anderes. Und damit Hallöchen, ihr drei. Hallo. Nein, du musst es anders sagen, Puzzle. Du musst es anders sagen, Puzzle. Wir haben jetzt eine Woche versucht, uns durch die Ladebildschirme zu kämpfen und jetzt haben wir es aufgegeben. Das würde passen. Ja. Das würde passen, meine Lieben. Also denk dran zuerst die Fragezeichen holen, ne? Ja. Alle voll raus aus den Scheißspielen. Ja, läuft. Komm, Gorilla, du schaffst das ja eh immer. Mach uns stolz, du Schaff. Ja, ich gebe jetzt mein Bestes. Pass mal auf, so nämlich. Thomas Schaff. So. So. Eine Krawatte für den Waschbär. Was ist denn hier, Waschbär? Oh nein, nein, nein. Ich gehe nicht rein, ich bin mal so fair. Ja, du. Hört sich ja schon so ein bisschen Chili-Billy an, ne? Was? Chili-wat? Abstürzendes Pony da. Das ist immer so süß am Schreien. Aua, wer hat mich denn jetzt hier aufgehalten? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich komme. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Niklas. Gut, dass wenigstens einer gestorben ist, weißt du? Oh yeah. Ah, jetzt geht's wieder los bei euch oder was? Natürlich. Purer Hass hier. Purer Hass. Niklas hat's auch ganz knapp nur geschafft. Ja, ja. Das ist hier Tönnies Schlagbetrieb. Habt ihr gesehen? Purer Hass. Mal eben so abgesäbelt. Was ist der denn eigentlich hier? Das ist so ein Portal, wo nicht funktioniert. Ach so. Oh nein, nein, nein. Fuck. Jetzt wird es in Rissanwäscher. Ah, ich bin im Tief. Juhu. Wird denn das Ding da hingebaut, will der Arsch. Welcher Affe, musst du fragen? Das ist ein Affe. Ich verstehe ja nicht, warum. Und dafür kriegt er auch noch Punkte, obwohl er tot ist, weiß ich. Der Klassiker. Ich weiß, er hasst mich so sehr. Ja. Ja. Das war auch nichts Neues. Nein. Oh mein Gott. Was mach ich, ey. Ich bring mich selber um. Fuck, ey. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Weg jetzt nicht mehr so richtig was bringt. Alter, Tuls, wie. Ich kann, hast du das gesehen? Das war Cheat Hole 10. Er springt gegen den Pfeil, nur der Pfeil ist einfach kaputt. Habt das gehört, dieses Zarte? Aaaaaaah. Alter. Heute mach ich die fertig, Gorilla, Alter. Heute mach ich die fertig. Endlich. Nach all den Jahren. Näh, so ein Fahr läuft das hier nicht, mein Freund. So einfach nicht. Hahaha. Der Sack. Der Sack ist ein bisschen langweilig. Nein! Verdammt. Lebt noch einer? Nein. Nein, ich bin nicht. Scheiße. Ah, come on! Boah, die einzige Chance noch, ach, leck mich an der Füße. Endlich hab ich's geschafft, Gorilla. Nach all den Jahren! Nach all den Jahren! Ja, das Schaf ist, äh, ist noch nicht in Form, noch nicht in Shape. Hm, hm, hm. Ich darf aber sagen, dann muss ich Fragezeichen. Ja, hier. Alte Villa. Ach, ne, die ist immer echt hart, das ist ja die mit dem Aufzug, ne? Oh mein Gott. Die ist echt immer hart. Die ist nur hart, weil ihr das daraus macht. Ich kenn's uns doch. Weil ihr so unsozial seid. So sind, glaube ich. Unsozial. Das bin ich so gerne. Rams Popo, Rams Popo. Mach ich so gerne, mach ich nicht. So, mach ich den hier. Ungefähr so machen wir das. Oh Mann, spring doch mal schneller, du fettes Wuner. Juhu. Ach, sterb doch. Ich brusselt hier andersrum. Ach, kack doch drauf. Danke, jetzt krieg ich Punkte. Ja, das ist mir gerne. Das ist ja gut von dir. Ja, weil ich so sozial bin. Ja. Also, ich weiß auch nicht, warum du so einen übertrieben schweren Weg genommen hast, aber das ist... Darf ja auch jeder für sich entscheiden, wie er das macht. Und leicht kann ja jeder, weißt du. Oh Mann. Alter, ich kriege so schnell runter. Äh. Aber echt? Aber du warst im Ziel, ne? Wir sind aber wenig Waffen in der Auswahl, oder? Ja, irgendwie nur Hilfe, ne? Nein. 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 Das schafft er nicht. Was? Das Ziel schafft er nicht. Weißt du nicht? Wir müssen wir nicht. Nein. Es gibt wahrscheinlich keine... Genau. Einmal komm ich rein, keine Punkte. Sorry, Fussel. Na, einer muss ja eher der Punkte-Lieferant sein. Nicht Pizza-Lieferant, Punkte-Lieferant. Oh mein Gott. Mein Herz. Fuck my life. Ich bin in die Scheiß... Alter. Ich bin so dick, ich komm da nicht ran. Scheiße. Ich bin in die beschissene Scherbe gerannt. Siehst du? Doch nicht mal in meine Fall, weißt du? Nicht mal das können da mir. Hä, wie bist du dazu gekommen? Ich bin ja zu dick. Ah ja. Jules ist einfach daneben gesprungen. Der ist reingesprungen? Ja. Was ein Bullshit, du bist ja nicht reingesprungen. Lächerlich. Lächerlich. Wie will ich deine Sachen bilden? Hobi, du Model. Lach, verdammt. Hä? Ich bin doch ge... Hä? Was war das denn? Was war das denn? Ja. Tja. Der Schläger hat mich nur berührt. Wir wollen... Jetzt mal real talk, wie wollen wir da hochkommen? Tja. Gar nicht. Tja. Ein Gorilla. Klar, Alter, hier den ganzen Bullshit mach ich schon weg. Spielverderber, der hat gar nichts mehr mit... Nicht mehr ansatzweise was mit Spiel. Ja. Boah. Boah. Ja, tschuldigung. Jetzt? Das weiß ich noch nicht. Ach komm. Fuck, Alter. Oh, Gorilla. Heute in Deutschland. Fuck my life. Eine Runde schafft man noch, oder? Mhm. Ja. Fuck. Du machst das heute richtig gut. Anders kann ich das nicht sagen. Ganz oben rechts vorne. Ja, ja. Ja, ja. 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 Wo ich es nicht hingeschafft habe, da müssen wir hin. Windmühle oder Pyramide oder Metallfabrik oder den anderen? Windmühle oder Eisberg. Hatten wir Eisberg schon? Eisberg hatten wir noch nicht, oder? Doch hatten wir schon. Ne. Zwei. Eins. Ach du Heiliger. Die Windmühle wieder. Was haben wir denn hier? Ach da oben hier. Ja, ja, ja. Erstmal muss man ja ansatzweise... Welche Idioten haben wir jetzt bitte da oben diese beschissene Tür hingestellt? Aber was hast du denn gegen die Tür? Mhm. Wir kommen doch da eh nicht hoch. Ja, genau deswegen ja nicht. Kommt schon, ihr beiden. Normalerisch, theoretisch kommst du hoch. Nein. Also hoch kommst, bis wärst du auf jeden Fall kommen. Habt ihr auch gerade einen fliegenden rosa Elefant gesehen? Was? Nicht was du meinst. Rosa Elefant, in welcher Welt lebst denn du? Ich bin Rilka, die zarte Schokolade. Ach ja, Gorilla. Vielleicht hat da nichts mit Spielen zu tun. Besser. Tschüss. Würde du springst, die kommt so höher. Ich hab's versucht. Man kann's ja mal probieren. Ja komm, Fragezeichen holen. Ja, mach ich jetzt auch. Alter. Juhu. Jetzt hast du auch mal ganz oben. Jetzt hast du's mal ganz oben verdient. Für den geilen Sprung. Wum schaffst du easy. Was ein Lacka. Nein. Junge, Junge, Junge. Glücklich, wir waren das. Miss, ey. Das älchert mich jetzt. Das war schon lustig, da hast du recht. Nicht. Nein. Alter. Wie ich jedes Mal da hängen bleib. Ach komm. Willst du mich verarschen. Du warst schon ganz oben. Was war das denn? Ich bin durchs Ziel gesprungen. Ich bin gleichzeitig mit dir durchs Ziel gesprungen. Alter, dieses Spiel ist so lächerlich. Das war jetzt extrem lustig, ey. Du warst schon eigentlich im Ziel. Ja, Junge ist jetzt abgeschossen. Das war doch. Das war doch. Das war doch. Das war doch kompletter Fake, war das. Drück mal schön B, ey. Hä? Hä? Na gut. Solo. Ich bin Solo. Oh-oh-oh-oh. Oho-oh-oh-oh. Scheiß. Egal. ja da habe ich ja nicht so den best die beste idee gab hat es schon mal besser ich glaube das ist nicht möglich ich habe eine idee leute ich habe eine idee wir kriegen das wieder hin das war jetzt ja mich federt essen machen wir heute mal schicken jetzt sind wir nicht der wenigsten punkte wenn ich durch meine eigene falle sterbe aber ich gehe punkte weil der gorilla durch meine falle gestorben ist wenn keiner gewinnt kriegt keiner punkte denn Nein. Wie so viel der... Ey, das ist so... ich bin so ein idiot bitte hol dir die münze genau ich bin so ein idiot ja ich bin auch mein ziel die schnall noch mal gegeiert wie geil das oh komm weg komm weg ja ja für nix tun sie ja noch punkte weiss ja ich weiß nicht was hier einen alles töten kann aber was könnte ich meine eigene ich habe mich in meine eigene volle geschossen war denn der luftstrom jetzt tötig oder was nein allein der die feuerkugel bis voll die feuerkugel da bist du voll in die ja kontaktier doch alles gleich was war das denn für ein ninja move von dir jules kinderster zeit war da glaube ich schon mal ne heute ich schaffte ich heule er hat sich geschafft der ist nicht dadurch puzzle der ist da rechts dran gesprungen du lebst noch das wäre echt irre gewesen wenn du so noch gewonnen hätte das Noch drei Runden. Ja, dann haben wir es auch dann endlich erreicht, ja. So, Leute. Sehr gut. Ich hab gedacht, ich wär Jules, ich bin so ein Idiot. Er wird nichts mehr durch den Wind, ne? Nee, durch den Strohballen. Guck, du bleibst an dem scheiß Strohballen hängen. Ja, wer hat den da bloß wieder hingelegt, welcher Bauer? Das wird wieder eine Überlenkenfolge hier, du Mann, Mann, Mann. Ich schaff's noch. Klar, hoffe ich doch auch. Geiler Typ. Das war so fucking knapp, Alter. Ja, ich bin grad fast ein Stacheldrand da hier ran. Naja, jeder andere will jetzt auch tot verflossen. So. Ja, ich war da auch schon drin, will ich sagen. Ja, der Typ geht sowieso nix mehr. Unglaublich. Ich bin Erster. Boah, leck mich an der Arschhaare. Ja, hervorragend, Mensch. Dann haben wir es doch geschafft. Ja, soll wohl überlegen heute. Dann möchten wir die Chance nutzen und euch um einen Daumen nach oben bitten, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schaut auch gerne auf den anderen Kanälen vorbei, denn es gibt ja genug Videos hier, die ihr euch anschauen könnt. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgenmittag oder Abend. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.